Mein Name ist Dr. Carl Gustav Leit. Ich betreue die Brüder Adda, seit sie hier auf der Erde sind. Ich betreue ihre Eingliederung hier bei den Menschen. Thomas von Aquin hat gesagt, das Spiel schenke uns Freude und Erholung. Aber die Jungs kamen zu mir, die waren total fertig. Die haben lange gespielt und Freude gehabt, aber das hat sie fertig gemacht. Wir haben mit einer Musiktherapie angefangen, Kunst, das typisch Menschliches. Das funktionierte auch hervorragend. Bis der Erfolg kam. Irgendwann ist ihnen der ganze Rockstar-Ruhm in die Hörner gestiegen. Da habe ich gesagt, halt, cut. Leg die Hufe hoch. Entspannt euch wieder.